Die Farbe kommuniziert für mich Lust und Freude. Das ist etwas Natürliches. Das ist die Farbe. Das ist die Farbe. Das ist die Farbe. Ich glaube, es gibt nichts mehr Personnelles als die Farbe. Architektur und Stoff gehören zusammen in Architektur und Stoff. Eine Maison ohne Tissue, eine Maison banale, nichts, keine Charme. Mir ist wichtig, dass Textilien in der Architektur eingesetzt werden, nicht als Deko, sondern als bewusstes Element, wie man den Raum mitgestaltet. Es macht ein kaltes Raum wärmer, es macht die Sonne besser. Le Tissue ist ein Tablet. Ich bin mit dem Tissue. Die Haftigkeit hat etwas Schönes, das Gefühl hat etwas Schönes. Und das ist interessant, mit einer Farbe und einem Textil zu können, auf diesen beiden Elementen zu kreieren, ein Universum, die völlig unterschiedlich sind, in der Form von der Art und Weise. Und die Erste nicht so gut. Dann kommen Sie in die Form einer Formen. Glockenzeiteren und die Mitkommission zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020